Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Fernwartungszugriff auf euren Computer. Wir leben in sehr modernen Zeiten. In Zeiten, wo man ohne Probleme über das gesamte Internet Zugriff auf jeden Computerbildschirm bekommen kann, ohne vor diesem Computer überhaupt sitzen zu müssen. Das Stichwort ist Fernwartung. Für die Fernwartung gibt es verschiedene Programme. Unter anderem zum Beispiel von Microsoft selbst das Programm Remote Desktop oder eben auch TeamView oder AnyDesk. ONC gibt es auch noch. Natürlich auch noch viele weitere Programme, mit denen man sich aus der Ferne direkt auf euren Computer schalten kann. Hier verbindet man sich nicht nur einfach so. Man sieht oder der Gegenüber sieht nach Eingabe der korrekten Daten, die nur ihr seht, also Passwort, Zugang, Login-Nummer. Sobald die Gegenseite diese Daten bei sich eingibt, hat er theoretisch vollen Zugriff auf euren Computer. Das bedeutet, dass die fremde Person gegenüber euren Bildschirm sehen kann, eure Maus bedienen kann, die Tastatur bedienen und sich auf eurer Ordnerstruktur von den eigenen Dateien auf eurem PC austoben kann. Also die Person sieht alles. Hier muss man allerdings noch was dazu sagen. Man kann aus der Ferne euren Bildschirm ausschalten und währenddessen sieht die Gegenseite immer noch alles, was auf eurem Bildschirm passiert. Das heißt, euer Bildschirm schaltet sich schwarz. Die Gegenseite kann aber alles sehen. Die Funktion ist vom Prinzip her sinnvoll, wenn man zum Beispiel Bankautomaten aus der Ferne wartet und nicht möchte, dass ein Kunde sehen kann, was man da alles so tut. Für diesen Zweck ist diese Funktion auf jeden Fall sinnvoll. Betrüger nutzen diese Funktion allerdings sehr, sehr gerne, um euch zu verwirren. Währenddessen ihr vielleicht noch am Telefon seid, kann der Betrüger euch irgendwas Schönes erzählen, wie zum Beispiel, dass er gerade einen Programmupdate durchführt. Währenddessen schaltet sich der Bildschirm von euch schwarz. Und ihr seht nicht mehr, was der Betrüger eigentlich genau auf eurem Computer eben anstellt. Man kann über diese Fernwartungssoftware, egal von welchem Programm, auch Dateien senden, ohne dass ihr das seht. Und vom Prinzip her, wenn alles richtig eingestellt ist und ihr die Administratorenrechte ganz alleine für euch habt, dann ist das ziemlich schwierig, dass man ja nicht alles mitbekommt, aber es ist auch nicht unmöglich. Denn Programme können immer Sicherheitslücken irgendwie beinhalten. Sicherheitslücken, auf die ihr keine Handhabe habt. Dazu kommt, dass die allermeisten Menschen sich mit dieser Fernwartungssoftware auch nicht wirklich auskennen. Bedeutet, dass es nicht richtig vernünftig eingestellt ist. Das Programm eben nicht sicher ist. Und in diesen Fällen, wenn man das Programm einfach nur so out of the box installiert, wie es aus dem Internet kommt, ist erstmal alles in der Standardeinstellung. Und euer Computer definitiv nicht geschützt bei der Benutzung des Fernwartungsprogramms. Und hier hat dann der Betrüger natürlich freies Spiel, sich komplett auf eurem Rechner auszutoben. Man kann euch Malware installieren, Viren auf eurem Computer platzieren und das vollzieht dann alles, was es tun soll, währenddessen ihr das nicht mehr mitbekommt. Ist die Software einmal installiert, also über die Fernwartungssoftware weitere fremde Software einmal installiert, hat keiner mehr den Überblick, was dann passiert. Manche Programme findet auch nicht der Virenschutz. Und auch Computerspezialisten haben hier immer wieder zu tun, den Computer dann noch irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Ist einmal falsche oder schädliche Software auf eurem Computer installiert, hilft in der Regel eigentlich nur noch eine komplette Neuinstallation des Computers. Und das bedeutet auch, dass ihr auf eure Familienfotos und alle Unterlagen, die ihr darauf habt, dann verzichten müsstet. Es gibt natürlich auch immer wieder noch die Möglichkeit, dass man vielleicht Daten retten könnte. Nun ja, mit dem Daten retten ist das aber auch so eine Sache. Denn niemand von euch weiß, ob diese Dateien, die auf eurem Computer sind, nicht mitinfiziert sind. Man kann in Bilddateien, in Musikdateien, in Videodateien und in sämtlichen anderen Dateien Programme verstecken. Das heißt, es kann sich ein komplettes Programm in einer Bilddatei befinden, die etwas auf eurem Computer auslösen soll. Auch PDF- und Word-Dokumente sind hier eine große Gefahr. Gerade auch bei Word und bei PDF gibt es ausführbare Dateimöglichkeiten. Also zum Beispiel bei Excel, dass dieses Rechenprogramm funktioniert und Excel eben das tut, was es tun soll. Diagramme und Tabellen erstellen. Das ist allerdings auch gleichzeitig wieder ein Problem, dass das Programm Excel, also von Microsoft, höhere Rechte auf eurem Computer hat, ausführbaren Code zu starten. Hier lassen sich prima irgendwelche Viren und andere Sachen verstecken, die irgendetwas im Hintergrund auf eurem Computer weiter auslösen, was ihr dann gar nicht mehr mitbekommt. Und wie ihr schon merkt, die Geschichte, die nimmt dann eigentlich auch kein Ende. Sobald einmal irgendjemand auf eurem Rechner war, der da nicht hingehört, kann man sich ziemlich sicher sein, wenn man nicht schnell genug reagiert hat, ist das Ganze schon zu spät. Wenn einmal jemand auf eurem Rechner war, weiß man nicht, was er dort platziert hat, um auch in Zukunft immer wieder Zugriff auf euren Rechner zu bekommen. Denn hat man einmal den Zugriff zu eurem Rechner gewährt, also egal, ob es jetzt über TeamView oder so war, oder AnyDesk, was wir hier auch immer wieder in den Videos hören, Das reicht schon, wenn ihr auf einen falschen Link klickt und so ein Programm im Hintergrund auf eurem Computer installiert habt oder eben zum Beispiel das falsche Word-Dokument geöffnet. Habt ihr so ein Word-Dokument geöffnet, was Schadsoftware auf eurem Computer installiert? Tja, dann läuft die Software. Egal, ob ihr jetzt am Computer sitzt oder nicht. Nur wenn der Computer ausgeschaltet ist, läuft das Programm nicht. Und sobald diese Programme erst einmal auf eurem Computer laufen, weiß man eben nicht, was da im Hintergrund noch passiert und was an Daten übers Internet ausgetauscht werden. Man kann zum Beispiel auch die Passwortmanager von eurem Computer auslesen und sämtliche Daten kopieren. Habt ihr hier keine Zwei-Faktoren-Authentifizierung, also über diesen SMS-Tan, den man da normalerweise bekommen sollte, sobald man sich versucht einzuloggen, ist das nicht aktiviert, haben die Betrüger freies Spiel. Und genau das ist die Masche hinter dem AnyDesk-Betrug. Oder eben auch TeamViewer, Remote Desktop und was es da noch so alles gibt. Sind die Betrüger erst einmal auf eurem Rechner? Können sie nicht nur die Daten kopieren, die sie sehen? Es besteht auch die Gefahr, dass die Betrüger weitere Daten kopieren und ihr dabei gar nicht zuguckt, wie zum Beispiel eben mit dem ausgeschalteten Monitor. Man muss euch hier nur irgendeine komische Geschichte erzählen. Wenn man keine Ahnung vom Computer hat oder eben nur wenig und jetzt erst mal in einer Panik-Situation ist, wie zum Beispiel die Microsoft-Betrüger, wo man ja in der Regel selbst anruft. Bei euch ploppt irgendein Bildschirm auf, wo steht, dass der Computer mit Viren verseucht ist. Und dass man hier schnell handeln soll. Vielleicht eine Nummer anrufen. Ihr ruft die Nummer an. Der nette, ausländisch sprechende Mitarbeiter in der Regel wird euch dann irgendein Remote-Desktop-Software-Programm empfehlen, was ihr euch herunterladen und dann installieren sollt. Man hilft euch hier sogar bei dem Betrug beziehungsweise dabei, dass ihr betrogen werdet. Ihr bekommt da sogar direkt eine Anleitung am Telefon. Sobald ihr alles ausführt, was der Mitarbeiter von euch möchte, läuft man Gefahr, dass man sämtliche seiner Daten einfach so preisgibt. Und ich habe mich schon immer wieder wiederholt in meinen Videos und werde es auch wieder tun. Passt auf, was ihr mit euren Daten im Internet anstellt. Denn einmal auf der falschen Stelle platziert, habt ihr solche Anrufe. Und einmal ganz falsch geklickt, habt ihr vielleicht auch schon ein schlechtes Programm auf eurem Computer, was definitiv nichts Gutes für euch möchte. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher, sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es eben diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alles schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Doch allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video sogar gefallen oder weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, seit kurzem gibt es auch die Kanalmitgliedschaften. Hier hast du die Möglichkeit, den Kanal finanziell ein kleines bisschen zu unterstützen und somit die Qualität der Videos immer weiter sicherzustellen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.